Was geht ab, ihr gerne Schädchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Golf It mit dabei. Hallo Christian und Peter. Wo ist denn das Ziel? Kann man nochmal fliegen? V, rechts ist ein Rohr, links ist eine Rampe. Ich geh ins Rohr. Da seh ich mich. Aber Alter, wie kommst du denn da richtig hart rein? Nee, du gehst nicht in das Rohr. Oder? Doch, ich geh da drauf. Ich dachte erst, die Speeddinger, die da drin sind, gehen in die falsche Richtung. Okay, nochmal da hoch. Komm schon. Jawoll. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen wieder mit dem Spiel auseinandersetzen. Ich mach's in 4. Oh shit. Jawoll. So, zack. Hast echt in 4 gemacht, Bram. Echt in 4 gemacht, hast du in 3? Boah, okay. Aber easy. Boah, der Peter. Der Peter ist in 3. Der Peter wird eine 6. Ha, wie in der Schule. Boah. Oh, vielleicht kommen wir einfach nicht da hoch. Boah, was ist denn da los? Hatte ich ja auch. Hat bei mir auch ein paar Mal gebraucht. Das liegt am Cowboyhut. Alright. Alright. Alright, Baby. Schön. Schön, Christian. Da hat der Boogie auch gesagt. Okay. Mal wieder erstmal schöner Boogie. Ui, Moment. Wie kommt man auf die andere? Ach, nein, das ist nicht gewollt, oder? Das ist nicht. Das schaffe ich nie. Ohhhh, ich bin... Leute, ich bin... Nicht Holoman. Könnte man die Rampe rechts von uns dafür benutzen? Wie ist das mit... Zurücksetzen mit F? Kostet das oder nicht? Ja, den kannst du einfach machen. Sagt er jetzt. Kostet nix. Hab jetzt 8 Schläge gebraucht. Ich hab jetzt nur 3 gebraucht. Was wird da rechts geschummelt eigentlich? Also ich bin da ganz hoch. Gar nix. Da ist doch so ne Flagge, Alter. Ja, ja, schon richtig. Aber... Bahn 3. Links hoch und da ist auch... Stimmt, das ist die Bahn 3 im Map, oder? Ja, das ist nicht erlaubt. Also minus 10 Punkte. Wunderschöner Albatross reingeballert hier. Was ist denn gerade los? Oh, wie das... Wie das Ding auch noch ne Kurve gedreht hat, um da rein zu kommen. Alter, das hat gewollt gewesen. War ein schöner Boogie, hat das wie gesagt. So, jetzt darfst du dann dasselbe noch nochmal spielen. Ah, jetzt geht's doch spielen. Wirklich. Ah. Noch nochmal. Ah. Dasselbe noch nochmal. Nennt sich auch Hochzeit. Wow. Hochzeit stimmt doch nicht. Ich wollte Marriage sagen. Aber Marriage... Ne. Verheiratet sein. Marriage. Oh. Marriage. Na, doch. Das reicht, oder? Ja. Ich bleib drauf. Okay, ich mach's in 4, Peter. Ah, ich bin zu schwach. Okay, pass auf. Ich mach's in 3. Mal. Mehr machst du denn nicht. Oh, der kommt daneben, Peter. Daneben. Nicht liegen bleiben. Ach, da darf ich nicht liegen bleiben. Ja. Ein Condor. Was ist denn ein Condor? Ich hab auch ein Condor. Ein Gondor. Ein Gondor. Ein Gondor. Ich hab' die Maske mal in 6. Aber ist der nicht drinnen, Peter. Okay, da war knapp. Hey, Condor. Das ist so eine Trainings-Map. Hier brauchst du richtig Schmackes. Das werd ich nehmen. Das Rohr. Ja, genau. Warum ist das so ein Rohr? Oh, cool. Jawoll. Bin in einem Rohr drin? Ich glaube ihr rollt direkt durch. Ich hör euch nämlich schon. Nee, tust du nicht. Ich land's dann hier oben. Ich bin gerade so unfassbar lucky. Ich hab halt wirklich eiskalt von da hinten das Loch getroffen. Ohne Rohr oder irgendwas. Hier direkt nach oben drauf? Ja, direkt da oben drauf. Von ganz hinten. Vom Start. Nein! Zwei Schlägen oder was? Okay, das Portal ist wenigstens ein Save. Ja, aber ich hab auch zwei gebraucht. Also, der erste hab ich zurückgesetzt und dann den zweiten wieder vom Start aus gemacht. War schon schwach, wa? Weil du den ersten zurückgesetzt hast von da hinten. Und holen ihn von da aus. Genau, holen ihn von da aus. Juhu! Boah, das war ein Igel. War das das Blaue da hinten? Aber man weiß nicht irgendwelchen. Aber man weiß nicht irgendwelchen. Nee, das heißt, das kann... Du Misachida. Wo freut der sich jetzt so? Weil der Hold-in-One gemacht hat. Der hat echt die Rampe links-rechts getroffen. Hm. Ist das ein Wichser? Das ist ein Wichser. Hm. Hm, Feder. Hm, 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 hm. Das ist ein bisschen schwer. Wie kommt man denn... Nein! Hm, 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 hm. Schaass. Machst du jetzt grad echt den ersten Platz, den wir eventuell gehabt haben? Genau. Ach, ja, genau! Ich will das auch schreiben. Plätze sind nur Schall und Rauch. Okay, Brom, darum ist es einfacher. Ach Gott. Das ist doch Bullshit! Das ist doch Bullshit! Das ist doch Bullshit! Warum denn? Oh, das ist auch Bullshit! Aber Daniel ist auf die Rampe drauf, oder? Ja, so. Ja, so. Genau so. Ich bin auch durchs Portal und wieder auf die Rampe geschossen. Ja, Hold-in-One in-F. Leute, das schafft nie jeder. Ah, da muss man durch. Geil. Ich wollte grade mit Schmackes hauen, hab aber irgendwie falsch geklickt. Einfach meine Maus gedreht. Meine Kamera ist abgegangen und mein Ball licht zwei Meter weiter. Jetzt war ich zu schwach. Bam! Bin immer noch zu schwach. So. Mit der Kanone. In der Drohr. Wow! Oh nein! Oh, Full-Speed-Power hier, Röbel. Oh, erstmal wieder runter. Das ist fies, wenn du bei der Achterbahn wieder runterfährst rückwärts. Ich fahr auch wieder rückwärts. Na, wieder hoch. Jetzt hat's da los gemacht. Mit Vordeck. Na, na, komm. Das war auch so, er hat sich so eine Bahn gebaut und hat sich da am Ende gedacht, Mist, ich brauch doch irgendwas cooles. Jetzt baut er einfach so eine 80 Meter lange Röhre. Ja. Bruder, wenn du wirklich mit voller Power durchballerst. Mit voller Palle? Mit einem vollen Palle, Alter. Ja, er hat schon wieder gesoffen. Mit vollen Palle? Der hat vorher schon geballert, ja. Okay, gibt's ja... Oh, haben wir leider ein bisschen hoch... Es gibt zwei Wege, ist das richtig? Den Turm? Ich wollte auch den Turm nehmen. Ich will auch den Turm. Jeder will den Turm. Ich nehm das Loch. Okay. Ach ja, genau! Ach ja, deine Mutter! Dieses Spiel, ey. Okay, das war abgefahren. Guck mal, ihr seid ganz so anders. Ja. Sind vier. Der Turm war nicht so schwer, oder, Pirlo? Deine Mutter darf es schon. Hast du jetzt das Loch nicht getroffen? Wo muss man denn hin? Ja, da wo der Pfeil ist. Ey, wo bin ich denn jetzt wieder? Guck mal, wo der Pfeil ist, da in den Tunnel rein. Ne, da wo Dado auch rein ist. Ahhhh. Da wo halt der Pfeil ist. Das war ein bisschen... Das war nicht eindeutig, ja? Ne, das fand ich auch nicht eindeutig. Das war nicht so gut jetzt. Ne, die Map ist einfach... Ach, Quatsch. Also ich wollte mich gerade noch 5 Sterne geben, aber jetzt... 4,5. Jetzt leider noch 2. Ja, oh! Hm. Dann jetzt hier richtig schön mit Schmackes rum. Puh. Ja, tschüss, Halu. Alter, hab ich mich platziert, Junge. Ne, ne, ich wusste das ja. Ich hab's ja gesehen. Ohhhh. Ach! Ja! Guck mal! Das ist hier einfach... Das ist wie ein gutes Dark Souls Spiel, weißt du? Auf einmal bist du auf der Map und denkst... Hey, da war ich verhindert auch nochmal. Ich hab die Röhre nicht getroffen, bin aber trotzdem auf der Rampe gelandet. Scheiße. Nein! Ja. Die Röhre hab ich auch nicht getroffen. Oh, jetzt hat er sogar noch seine alten Bahnen recycelt. Auch hier. Sag ich ja. Das ist wie, wenn du wieder zurückkehrst und dir denkst... Ach, guck mal. Ja, nein, das ist natürlich... Läuft, warte mal. Ja, nein! Ah, das war so knapp. Oh, ich bin gegen den Ring gekommen. Wie sie alle da langschlagen, ihr Gander-Rufen. Ja, aber das heißt, als wenn man das nicht gesehen hat in dieser komischen Zwischensequenz. Aber das wäre ja jetzt ein einfacher Schlag. Wenn Peter das schafft, muss das gehen. Deswegen... Ja. Oh, in 6, Alter. Wenn ich aber die normale Map machen könnte. Wow, ich hätte gerne aber die normale Map gesehen. Die normale Map war Par 4. Okay, was passiert? Jetzt muss ich nochmal kurz fliegen. Uh, krass. Wofür ist denn hier das Bumper-Ding? Ich verstehe. Aua! Scheiße! Ich glaube, dass man da wieder zurückkommt, Christian. Verstehe. Mann, Mann. Oh, scheiße. Ja, nicht ins Loch, Loch ist bestimmt böse. Nein! Jetzt weißt du, wofür das Bumper-Ding für ist. Jetzt weißt du, wofür die Rampe ist. Dann kannst du F drücken. Oh, nein! F drücken. Oh, der ist noch gefallen. War das in 6, Alter, du auch? Ja, in 8. Ah, okay. Bei den 6. Aber Peter macht das in... 7. Nur leider. Finde ich geschmeidig. Bleib geschmeidig, Peter. Bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. Wo kam das nochmal her? Scrubs, Junge! Das sind die, glaube ich... Scheiße, wo sind die denn noch? Waren die bei dem Ärzte-Treffen da? Nee, ich weiß jetzt nicht mehr. Doch, das war doch der eine alte Schauspieler, der alte, den ich überhaupt nicht kannte oder sowas, der immer gesagt hat, bleib geschmeidig. Scheiße, wer war denn das nochmal? Mein Gott! Okay, ich muss das kurz googeln, das mach mich fertig. Du musst Scrubs wieder gucken, wenn du das nicht weißt. Wenn es zu lange her ist, musst du uns Scrubs gucken. Ja, das ist Old MC, Junge. Old MC, der beste Young MC. Das sind die bei einem ersten Kongress. Das ist nicht der beste Young MC in der neuesten Zeit oder so? LOL! Das war Asi. Oh, jetzt beschissen. Äh, beschissen. Ja, wie war das? Er ist beschissen, Junge. Das ist Daniels Lebensmotto. Jo, dat ist zu weit. Dat ist zu wenig. Scheiße. Gibt's doch eine Stunde mit 10 Stunden Version von. Scheiße, Alter. Ja schon. Jetzt aber. Keine Suppe für dich, Peter. Das ist der Subnazios Seinfeld, ja? Na, Fetzen. Keine Suppe für dich gibt's auch in Scrubs. Ja, ich weiß. Aber das ist der Subnazios Seinfeld, der das sagt. Moment, ich versteh die Map nicht, fällt mir gerade auf. Du bist da hoch, wo du gerade warst. Nein, da wo du gerade warst, war doch richtig. Verdammt. Moment. Es gibt zwei Dich bei mir. Hallo, du hättest doch direkt da unten in dein Loch schlagen können, wa? Ja, so kriegst du ja. Ja, verdammt. Was war das denn da für ein Kakao gerade? Das sah so nach Absicht aus. So, wo ist jetzt hier ein Loch? Da, der Ring. Da oben. In unserem Basketball. Ach das, wie ein kariertes Feld ist. Peter, dreh dich auf. Achso, ja da wo du hergekommen bist. Durch den Ferienkasten durch. Da hinten, meine Fresse, das hab ich überhaupt nicht gesehen. So weit weg ist er nicht. Schnell F. Nein, verdammt. Jetzt F. Verdammt. Moment, ich mach das jetzt hier. Im zwölften Schlag. Kein Problem mit dem. Bleib geschmeidig, bleib geschmeidig. Verdammt. Dankeschön. Glück gehabt. Jetzt bin ich doch nicht. Vielleicht geht er noch rein. Du hättest erster werden können. Erster Schmerz da, Bram. Du weißt doch wie das ist. Alter, er wollte Bram richtig reinlacken. Die alle hinterher. Wo ist denn hier der Plan? Wir müssen doch mal gucken hier. Komm schon. Ach verdammt. Ach so. Er ist fast da oben auf der, oder ich wäre fast auf der Rampe da oben gelandet. Jede Etage wäre Pluspunkt. Da oben ist schon wieder ein Loch, ihr miesen Penner. Ich seh das schon. Oh oh. Oh shit. Oh no. Ja doch, alles gut. Doch Bram. Ich hab dich nicht da runter geschubst. Bleib da da. Bleib da da. Bleib. Warte noch mal wieder. Bleib geschmeidig da. Okay, okay. Und wieder abmachen. Ich weiß, dass du das gerne machst. Ja, aber. Ja, das bringt mir gar nichts. Ne. Das ist mein letzter Schlag. Oh. Bram, wir haben gleich viel gebraucht. Ist ja einfach so. Warum setzt du dich immer wieder zurück? Wenn man das in einem schafft und weil ich dich da an dem Loch vorbei spielen will. Dann setz dich jetzt auch nochmal zurück, bitte. Jetzt auch. Oh man ey. Vielleicht nehmen wir mal das Rohr, wa? Das sieht viel zu offen, das sieht viel zu simpel aus. Aber, hä? Das war aber auch der richtige Weg. Aber das war ja wirklich, da war ja nichts bei. Ne. Ja, ach komm schon. Tschüss. Leute, ich fall da durch. Ja, du musst weniger... Äh, so, dass du da nicht durchfällst quasi. Was? So. Leute, jetzt fällt doch mal geschmeidig hier. Peters Gehirn ist mal kurz aufgehoben. Boah, habt ihr mit Bande oder ohne Bande gespielt? Wir kommen eigentlich schon wieder durch. Der ist echt der Schnellste von uns. Ich bin mit Ashtet, ich bin mit Ashtet. Ich komme jetzt erst in die Kanone, Alter. Achso. Was ist denn da gerade los, ey? Bitte? Dann haben wir auf den großen Rundenkreis gespielt. Ey, wieso roll ich denn jetzt hier raus? Hallo. Du weißt, dass da oben die Bande ist, ne? Ja, ich weiß, aber... Oh. Für die Fans. Not bad. Hast du mich erst mal zu schweig gemacht? Ich habe als erstes gegen die Bande gespielt und mich da runtergefallen. Hallo. Da war zu viel. Das war nicht geschmeidig. Das war nicht geschmeidig. Alter, ist aber schwierig hier nicht zu viel zu machen. Warte. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Bleib geschmeidig. Ich kürze jetzt ab. Okay, das war nichts. Aber jetzt kürze ich noch mal ab. Ah, easy. Schön von mir. Wirklich gut abgekürzt. Holy shit. Dann muss ich halt nicht die ganzen Noob-Pinkse machen. Oh. Peter, bist du stärker. Okay, mach ich das in 8. Ja, ich brauch viel mehr als 8. Genau, bist du doch mit 8 gut dabei. Ich hoffe, ich schaffte nur 12. Ich hoffe auch, dass ich das schaffe und nicht 14. Okay, Peters. Jetzt kannst du von draußen melken. Okay, ich merke das. Ich merke das nie. Seil geschmeidig. Das ist ein Witz. Peter ist einfach kein Maker. Geht da, du. Mach da von da aus. Komm. Hole ihn von da aus. Warte. Zwei muss ich mitnehmen. Komm, jetzt. Jetzt mit Bande. Ach. Alter, wie viel... Was hast du denn heute in den Finger da, du? Gicht. Okay, hole in one ist hier drin. Echt? Geil. Wie beschissen kann man eigentlich liegen? Hallo. Freunde. Oh, nee! Das hat mir überhaupt nichts gebracht, so eine Scheiße. Ach, dieser Hochmut wieder, ey. Mein Gott. Was soll das denn? Das war ein dober Vorname. Pack das an. Nein, der kommt wirklich dran vorbei. Scheiße. Wolltest du locker gucken, ob du vorbeinkommst? Das geht nicht. Ja, direkt in den Ringen, ne? Alter. Voll alle! Oh, 1,5 Kilometer. Also so weit ist das nicht. Ich muss erstmal fliegen. Ich bin zufrieden mit meinem Schlag. Hast du echt reingehauen? Ne. Warte mal zu kurz. Was? Alter, ich spiel auch auf das normale Loch. Hier, bumm. Hallo, Dalu! Oh, ich hab mir was umgeschmissen. Bumm. Ich weiß nicht mehr, wo das normale Loch ist. Hinten durch. Da, wo ich liege. Flieeeeg! Nein! Ich bin zufrieden. Oh, das war zu weit. Was ist der Peder? Du bist schon richtig, Christian. Jetzt nicht mehr. Ja, vom Anfang einfach. Einfach viel weiter geradeaus. Das ist richtig. Da rechts abbiegen jetzt. Bäh. Kann man da durchschießen bestimmt. Mhhh. 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 Wow. Ja, das hört aus, Peter. Komm schon. Nicht die gerade. Ja, aber Peter bleibt nochmal vorher liegen. Warte, schaffe ich nicht. Scheiße. Da, du mein Freund. Aber der Hügel hat dich fast gekostet. Fast. Schmast, Alter. Okay. Ich hab's eiskalt reingelocht. Stopp, 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 stopp. Oh, fuck. Du Hurenbeil. Leute? Oh. Nee, Dalu. Nee, was seid ihr denn für geile Lutscher, Alter. Gehört ihr euch einfach so richtig an. Komm, ich bin genau in der Mitte. Bitte lass das noch in der Mitte sein. Ich bin ganz am Rand. Ah, jetzt ist eh egal, wenn das teleportiert wird. Das wird ne 4. Das wird ne 5. Oh, Peter, du rollst vorbei. Kannst gleich zurücksetzen. Na, drück mal F lieber jetzt. Wir haben hier schon 6. Das ist ja egal. Das ist ja nicht die letzte, Peter, also. Nicht die letzte? Nee. Vorletzte. Eine kommt noch. Schon ganz schön. Es ist jetzt auf der einen Map nicht so schön. Oh. 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 Scheiße, aber Peter besser ist. Peter, der alte Skateboarder. Fährt erstmal die Rampo. Für die Fans, Dalu. Für die Fans. Mit Trick. Tony Hawk, ey. Ist der nicht mit der? Vielleicht noch. Vielleicht noch. Dreht sich heut noch. Ja, könnte sein, dass er tot ist. Ich glaub, der ist nicht tot. Tony Hawk? Doch. Der lebt doch. Geil. War jetzt dumm zu flippern. Okay. Das ist die falsche Richtung. Uh, da gibt's noch einen Trick. Da hab ich doch was gesehen oder nicht? Fuck. Okay, jetzt von hier aus. Nope. Aber jetzt. Okay. Ein bisschen schräg. Peter, unter Paar. Nicht schlecht. Hä? Paar ist fünf. Gesamt. Ach so. Ha! Das ist echt cool. Ja, find ich auch cool. So, wenn's euch gefallen hat. Mir hat's gefallen. Ich lass einen Daumen da, Junge. Geil. Haut rein. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö